Hallo euch meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Trials Fusion mit Parda und mir, dem Mushroom. Hallo! Wir haben eine kleine Pause eingelegt und jetzt sind wir wieder zurück. Und wollen unser Können wieder unter Beweis stellen. Wie immer, vier Mittel und eine schwere Strecke nur für euch. Just for you guys. Und Strecken, die wir noch nicht hatten, ne? Und Strecken, die wir noch nicht hatten, frisch ausgewählt. Ja, aber schon lange nicht mehr gespielt, deswegen wird das bestimmt jetzt hier die reinste Katastrophe werden. Absolut. Aber so ist das ja bei uns, ne? So ist es immer. Skill. Hier ist nebensächlich, hat sowieso keiner. Kriegst du hier sowieso nicht zu sehen. Nee. So. Boah, Alter, mich legt es doch gleich, weil es viel zu schnell ist. Kommt mir überhaupt nicht klar. Oh. Oh. Du musst erst mal wieder klarkommen. Da zieht er mir vorbei. Mach nix, Hauptsache erst mal ins Ziel kommen. Oh, das hätte ich vielleicht wissen müssen. Oh. Einer, what? Ich seh nix. Ich seh wieder nix. Ja, das ist, das, das mit dem Wasser ist ein bisschen dämlich gemacht, wenn ich ehrlich sagen soll. Wie das so abschneidet, das ist. Nee. Wie süß. Damit er halt nicht crasht, ne? Damit er das irgendwie, so ne Kuhle reingeschnitten. Boah, Scheiße, mich hat es gelegt. Fuck. Da holen die 20-Bomb ein. Ja, noch bin ich mit dem Ziel. Oh, mich legt es auch noch. Boah, Alter. Nein. Alter, so knapp. Yes. Ja, wir kriegen trotzdem dieselbe Punktzahl an die erst solch. Boah, wie du durchgeflogen bist. Alter, was ist das für komische Wahl? Mit dem Wal oder sowas, das ist ja schon ganz cool gemacht. Ja, was ist das für ein Wal? Ja, das mit dem... Nee, ich hab mehr Punkte. Mit dem Wasser fand ich jetzt auch nicht so geil, aber gut. Oh, die Rabbit? Nee, keine Rabbit, Alter. Rooftops? Rooftops, ja. Der Name sagt mir irgendwas, ehrlich gesagt. Eine TTT-Map oder so? Ja. The Roof. The Roof. The Roof is on fire. Weiter weiß ich nicht. Möchte ich, äh, äh, den Pieper gerne mal grüßen. Falls ihr wollt, dass der Pieper wieder zurückkommt, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Alter, fiese Sache, Mann, ich hab's gelehnt. Weil er denkt, dass wir den verarschen. Der schaut doch immer die Videos, weil er denkt, wir verarschen die ganze Zeit. Ja? Hä? Ja, scheiße. Okay. Das sind alles Mittelstrecken hier, oder was? Erstmal, ja, und dann die letzte wieder, die tweren. What the fuck? Alter, nein, mich hast du wiedergelegt. Muss mal wissen. What? Alter, so ein Perspektivenwechsel, pass auf. Okay, endlich. So an sich ist die Mapper ganz cool, aber... Sieht cool aus, ja, auf jeden Fall. So ein bisschen verwirrend teilweise. Oh nein, ist das dein Ernst? Oh Mann, oh, 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 ich muss, glaube ich, da oben lang. Hä? Oh, das war fies. Ach soo, alter. What the fuck? Ha! Scheiße, wieso? Irgendwie hab ich jetzt ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Bitte, was? Ja, das ist, so ging's mir auch. Alter nein 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 nein! Okay ich bin oben. Aller kommt ewig kein checkpoint! Ahhhhh! Okay, gottzer Dank für den check point! Alter what the fuck?! Das gibt's doch nicht! Ich steh vom Ziel. Alles klar, ich komm gleich! Okay. Assi! Was machst du denn da? Ich war mit dem Fahrstuhl hoch Da war ich nicht drin Einfach so hoch Hä? Du fährst das Wett woanders lang Oh Hä? Alter Okay, hier war Gott sei Dank ein Checkpoint Ich hab keine Ahnung wo du bei mir langfährst Du fährst das Wett woanders lang Ja, da bei dieser Satellitenschüssel bin ich unten lang gefahren Das konnte ich bei mir nicht Doch doch Wenn du es bei mir in der Aufnahme anguckst Alter Ich bin da runter, ich bin gecrasht Du fährst grad bei blüter Luft rum Echt? Ah fuck die Zeit ist abgelaufen Oh da unten war das Ziel scheiße Egal Ey keine Ahnung wo du jetzt lang bist Hätte ich es mit dem Fahrstuhl nicht so verkackt Hätte ich es geschafft So Oh nein Ich nehm die Rabbit, Alter Ich nicht Bridge Bonanza Das kann ja nicht werden Ich nehm schon so Oh Gott, was ist das denn? Oh, okay alles klar Das muss man wissen Okay, das geht What the Alter So, jetzt Das Motorrad ist so ätzend Wow Oh, die Musik ist schön entspannt Wow Oh, die Musik ist schön entspannt Bei mir, ich habe keine Musik Ah, ich habe Musik Ja What the Au Was, man muss von ganz von vorne anfangen Wie du crasht oder was? Ne, es gibt Checkpoints Zwischendurch Aber ich verstehe ehrlich gesagt Den Sinn der Map nicht Alter Nein Aber die Checkpoints sind auch so beschissen Weit auseinander Das kannst du dir nicht vorstellen Ja, okay Jetzt gehts Hier ist aber nur geradeausfall Ah, da unten ist einer Okay Hä? So die Rotze Ha! Die Map ist irgendwie Naja Irgendwie so, ja Ich finde die Musik bei mir ist gerade sehr entspannend Ja, aber Jetzt wie jetzt? Ich fahre jetzt hier die ganze Zeit nur hoch und runter oder wie? Ja Oh, scheiße Und wie sie auseinander sind die Checkpoints Ja, das sag ich ja gerade Okay, jetzt passiert was anderes Okay, ich hab nichts gesagt Okay Hä? Hä? So, wo ist dein nächstes Checkpoint? Da unten Nicht hinfliegen Junge Du musst auf jeden Fall Spaß kriegen mit deinem Fahrrad Okay, das finde ich jetzt mal ganz cool gemacht, aber naja Wie er hier so durchfadelt Wie er hier so durchfadelt Easy Oh 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 Wo bist du gerade? Das muss ja auch bei mir irgendwo sein Oh Oh Nein, ich hab so viel Gas gegeben Okay, ganz ehrlich, da gibt es deutlich bessere Mess Ich bin im Ziel Ich bin im Ziel Ah ja, fand ich jetzt nicht ganz so geil ehrlich gesagt Die Stelle wo du jetzt bist fand ich schon ganz cool, aber sonst bist du gleich noch auf der Brücke Ja, so passend ist es halt nur nice aus Ja, aber jetzt bist du auf der Yacht, gleich bist du wieder auf der Brücke und fährst wieder hoch Oh, ich bin gecrasht, Alter Also, mal bitte, guck mal die Checkpoints, Mann Ja, ja Wie weit die auseinander sind, das kannst du ja nicht machen Ist jetzt nicht schwer, aber trotzdem Wenn siehst du mein Fahrrad verfügbar ist, nehme ich das auch Das Fahrrad ist doch rechig, ey Das schlägt so schnell auseinander Ha What? Ah, da ist ein Checkpoint, Mann, nice Ja, hauptsache noch den geklickt Ja, wie ich gesagt, jetzt wärst du wieder auf der Brücke drauf gefahren Fährst nochmal einmal komplett hoch, einmal nochmal runter und dann bist du zum Ziel Wow, richtig geil Nice Ja, mega gute Map, mega Muss man einfach mal Muss man einfach mal So, GF Made Track Alter GF steht für Girlfriend, oder was? Oh, Alter Was denn? Er hätte beinah die Pipweiser nicht genommen Uuuuh Okay, los geht's Irgendwas Girlfriend Map, oder was? Okay, sowas finde ich schon mal besser hier What? Alter, muss ich wieder von vorne anfangen Alter, really Uuuuh, Alter Halt an, halt an, halt an Halt an, halt an Wiese Sache, Alter Alter, wie ich mich noch retten konnte Uuuua Scheiße Was denn? Ich fahr da durch Oh, eine kurze Map, Alter Ups Ja, ist mir auch passiert Einfach durchfahren, fertig Ja, kurz Die war aber auch schon vom Niveau her Einspruchsvoller als die anderen So, jetzt kommt die Schwere Ja, jetzt müsste die Schwere kommen Die hat auch einen richtig scheiß Namen Jungle Trouble Da ist die, da ist die, da ist das Fahrrad Nein Nicht bei einer Schwere Wo ist das eigentlich so, dass, dass, wenn die Bikes verfügbar sind, dass der Entwickler die auch mal mit der Bike durchgefahren hat? Glaub schon Also, ich vermute auch, dass, dass man das Fahrrad erst dann da hinsetzen kann, oder darf, wenn man es mit diesem Bike auch schafft Ja, ja Also, wer, wird der Sinn machen, ne? Gott, Alter Wenn ich mich hier durch Oh, kacke Mann Oh, jetzt fängt es schon wieder an, oder wie? Hallo? Oh Gott sei Dank Hä, wohin? Das war's? Das war die schwere Map? Das war die schwere Map, Junge Okay Nice Okay Das war die schwere Map Pfff, was will man dazu sagen? Wir sind einfach viel zu gut, Pader Ich hab gewonnen, das will ich dazu sagen Bitch! Schlampe! Vielen Dank fürs Zusehen, Leute Und bis zum nächsten Mal Tschüss!